Hallo liebe Leute, hier ist die Blum wieder. Diesmal mache ich mal auch die anderen Unboxings. Also die Pakete, die aus Japan oder aus China oder sonst was kommen. Diesmal habe ich zwei. Ein kleines und ein ganz großes. Und wir fangen mal am besten mit dem kleinen an. Und ich hoffe, ich krieg das hin. Ich krieg das auch. Moment. So. Da bin ich wieder. Ich habe mir mal eine Schere organisiert. Wir schneiden jetzt einfach. Kann ich halt auch. Ja. Was ist denn da so schönes Grüne? So, das ist Müll, das kann weg. Und wir haben ein... Ja. Was ist denn? Das Free Gift for You. Ah, cheers. Bla. Sag mir nicht, dass... Okay. Das ist irgendein Zettel für eine Handyhülle oder so. Keine Ahnung. Müll. Komm weg. Yay. Es sind... ...kleine Zapfgummis. Die sind hier lustig, weil... packt mal aus. Diese Zapfgummis... haben... Na. So. Sie haben Hasenohren. Die sind so süß. Jetzt habe ich ein Zobkubi mit Hasenohren dran. Ich habe natürlich noch mehr, das ist nicht mein einziges Dach. Dann haben wir noch einen Regenbogenfarbenen. Und dann haben wir noch mal einen pinken mit Punkten. Dann haben wir noch einen pinken mit Punkten drauf und dann einen zweiten mit weißen Punkten drauf und noch mal einen bunten. Wenn ich richtig gezahlt habe, müssen das zehn Stück sein. Aber die sind super cute und ich liebe solche kleinen süßen Gifts. Und die sind so süß. Ich liebe sie, liebe sie. Die sind so süß. Und die stehen mir auf. Was ist schön zu mir. Ah. So. Jetzt kommen wir zu dem großen Papi. Mal sehen, was da drin ist. So. Dann brauchen wir wieder unsere Schere. Wo geht denn das auf? Man ist das zugeklebt. Man ist das zugeklebt. Man ist das zugeklebt. So. 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 fleetschig. So knuddelig. Es ist so süß mit seinen kleinen Ohren. Der Gesicht. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist so knuffig. Da kann man so schön drauf schlafen. Ja, schaut es euch an! Es ist nicht süß allerliebst. Es ist so lindlich. Ich liebe ja den Rellacuma Bär. ich hab ihn so gern es ist so knuffig und ich liebe es hab ich jetzt schon in dieses Kissen verliebt was soll man dafür zu sagen viel war es nicht weil die Gummis und das süße kleine Kissen und ich liebe dieses Kissen ich konnte es stundenlang knuddeln ja es ist voll niedlich ja ja das war es auch schon wieder von mir ich hab halt immer nicht also wenn die sind halt ziemlich recht kurz aber gibt es ja heute auch nicht so viel zu sehen außer dass ich halt ein Kissen und die Zopfgummis bekommen habe aber es ist echt niedlich ich liebe die Sachen aus China und ich bestelle mir da auch immer wieder weiteres und ja na dann das war es jetzt wieder von mir wieder ich hoffe euch hat dieses Unboxing auch wieder gefallen und man sieht sich und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss